Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video über den IWSU 5 und diesmal mit brandheisen Informationen, die zwar noch nicht hundertprozentig gesichert sind. Quelle ist das IWSU 5 Forum, als auch die Bestätigung durch einen Euronics Stützpunkt Händler. Ich gehe also davon aus, dass diese Informationen tatsächlich 99% so auch eintreffen werden, wie ich sie euch jetzt darstelle. Und das betrifft zum einen die Preise des IWSU 5, dann die Ausstattung des IWSU 5. Es gibt ja zwei Ausstattungsvarianten. Und die dritte gute Nachricht ist, dass der IWSU 5 mittlerweile auf der BAFA-Liste gelistet ist. Und mit der BAFA-Liste fangen wir auch direkt mal an. Das ist also die Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge, Stand 26. Juni 2020. Und dort ist der IWSU 5 Standard Modelljahr 2020 bereits gelistet. Und nach meinem Kenntnisstand gilt das auch für das Modelljahr 2021. Hier sollte sich also nichts ändern und der IWSU 5 sollte nach meinen Informationen damit auch förderfähig sein. Angaben natürlich immer ohne Gewehr. Das muss man gleich dazu sagen. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Informationen korrekt sind. Und jetzt kommen wir zu den Preisen für die beiden Modelle. Das betrifft also das 2021er Modell unter Berücksichtigung eines Mehrwertsteuersatzes von 16%. Hier sind also nicht die 19% berücksichtigt, sondern tatsächlich die 16%. Die Standardvariante wird für 37.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein. Und die Premiumvariante wird für 40.990 Euro am Markt angeboten. Wie ich finde, ein wirklich guter Preis für dieses Elektro-SUV. Und ich werde euch auch gleich mal zeigen, warum ich das für einen sehr guten Preis halte. Wenn ihr euch die Ausstattung des IWSU 5 nochmal selbst in dem PDF anschauen wollt, dann gelangt ihr über breaking-elektro-news.de auf meine Internetseite. Und dort ist dann unter Benindex der eigene Punkt, Menüpunkt IWSU 5. Und dort könnt ihr dann unter IWSU 5 Datenblatt das Datenblatt zum IWSU 5 herunterladen. Hier haben wir dann also die Ausstattung des Fahrzeugs und auch die technischen Daten. Wir gehen das mal kurz durch. Ihr seht also hier jetzt die Unterscheidung Standard und Premium und auch die Abmessung des Fahrzeugs. Das ist ja im Wesentlichen bekannt. Also Länge 4,68 Meter. Die Breite ist mit 1,86 Meter 5 in meinen Augen noch relativ akzeptabel. Radstand mit 2,80 Meter auf jeden Fall auch ausreichend groß, um auf Langstrecke viel Komfort zu bieten. Gewicht mit 1770 Kilogramm bei beiden Fahrzeugen ähnlich. Natürlich die Standardvariante ist 50 Kilo leichter, weil sie auch weniger Ausstattung beinhaltet. Kapazität des Akkus, das müsste der nutzbare Akkustand sein nach meinem Kenntnisstand, sind 63 Kilowattstunden. Die Reichweite nach WLTP für die Standardvariante ist 410 Kilometer, für die Premiumvariante 390 Kilometer. Der Unterschied dürfte sich unter anderem aus dem Gewicht ergeben, aber im Wesentlichen aus der Bereifung. Denn die Standardvariante hat nur 17 Zöller in einer Breite oder Größe von 215,65, während die 19 Zoll Variante 235,50er Schlappen aufgezogen bekommt. Dann haben wir die maximale Leistung mit 133 kW. Maximales Drehmoment 310 Judenmeter. Ist jetzt deutlich weniger als beim Kona, muss ich sagen. Das heißt also, der iVSO 5 wird sicherlich ganz so spritzig sein, wie der Hyundai Kona Elektro, den ich fahre. Beschleunigung 0 bis 100 in unter 8,5 Sekunden. Da gibt es noch keinen ganz offiziellen Wert, aber das reicht mir auf jeden Fall dicke aus. Dann, was viele von euch natürlich besonders interessieren wird, das ist die Ladeleistung. DC von 30 bis 80 Prozent in 30 Minuten, dabei bis zu 90 kW. Und von 0 bis 100 Prozent AC 6,6 kW. Ich hoffe, es ist ein Zwei-Phasen-Lader. Das kann ich im Moment aber nicht bestätigen oder verneinen. Ich hoffe es aber, wie gesagt, und dann wäre er eher in 10 Stunden rund voll. Frontantrieb ist sowieso klar, das weiß jeder auch schon. Wir gehen mal weiter und schauen uns diverse Ausstattungspunkte an. Was ich schon mal auf jeden Fall recht sinnvoll finde, ist Auto holt. Das ist also enthalten und auch direktes Reifendrucküberwachungssystem DTPMS. Hierbei ist wichtig, dass es sich um ein direktes System handelt, denn dort wird der tatsächliche Reifendruck über Sensoren gemessen und dann auch im Auto angezeigt. Es gibt dann auch indirekte Systeme, die das über ABS-Sensoren ja so theoretisch ermitteln, aber dieses System ist deutlich besser und zuverlässiger. Zumindest nach meiner Einschätzung. Dann, was auch noch sehr interessant ist, ist die Tatsache, dass die 360-Grad-Panoramakameras serienmäßig sind, auch bei der Standardversion. Dort muss man allerdings auf die vorderen Park-Sensoren verzichten. Wenn man jetzt eine 360-Grad-Kamera hat, denke ich, ist das verschmerzbar. Dann ist der adaptive Geschwindigkeitstempomat mit Stop-and-Go-Funktion Serie. Die Spurverlassenwarnung ist Serie. Unterstützung der Spurhaltung, also Leaning Keep Assist, ist Serie. Intelligenter Fernlichtassistent ist Serie. Da bin ich sehr gespannt, wie der dann wirklich funktioniert. Die Verkehrszeichenerkennung ist Serie bei beiden Ausstattungsvarianten. Und auch ein Autobahnassistent, wobei mir da noch nicht ganz klar ist, worum es sich dabei handelt. Das würde mich aber interessieren. Ich hoffe ja, das Auto testen zu können und vielleicht kaufe ich ihn sogar. Dann könnte ich das natürlich mal ausführlich ausprobieren. Das, was bei der Standardvariante wiederum fehlt, ist ein Autoparkassistent. Aber ganz ehrlich, den kann man eigentlich verschmerzen. Dann wieder ein wesentlicher Unterschied bei den beiden Ausstattungsvarianten ist das Panorama-Schiebedach mit Einklemmschutz und mit Sonnenrollo. Das ist bei der Premium-Version erhalten, bei der Standard-Version nicht. Und was ich persönlich auch noch besonders wichtig finde, ist die elektrische Heckklappe. Denn wer möchte schon noch die Heckklappe selbst schließen? Das ist also bei dem iWaze U5 Premium dann auch wieder Serie. Bei der Standard-Version fehlt dieses Feature. Was ich da tatsächlich wichtig finde, ist der Fußsensor. Denn wenn man beide Hände voll hat, dann kann man einfach mit einem Fußwisch sicherlich die Heckklappe öffnen. Finde ich richtig toll, gefällt mir. Ferngesteuertes Öffnen der Heckklappe, das bräuchte ich jetzt wiederum nicht. Ist in der Standard-Version dann auch wieder nicht Serie. Was Unterhaltung und Kommunikation im Auto angeht, da sind beide Fahrzeuge gleich ausgestattet. Es gibt auch einen Wi-Fi-Empfänger. Also ich gehe mal davon aus, dass man das Fahrzeug über das Smartphone auch ins Internet bringen kann. Muss man mal abwarten, was dann möglich sein wird. Vielleicht kann man dann Streaming-Dienste nutzen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Varianten in dem Bereich nicht mehr. Also auch das 12,3 Zoll Zentral-Touchscreen ist bei beiden Serie. Dann kommen wir hier zu ein paar inneren Merkmalen. Die überspringen wir jetzt mal schnell, weil das nicht ganz so spannend ist. Dann sehen wir noch eine Unterscheidung bei den Bezügen für die Sitze. Die Standard-Version hat halt Stoffbezüge. Das würde ich sogar wahrscheinlich vorziehen. Während die Premium-Variante Sitze mit Lederbezug haben. Entweder in schwarz, in creme weiß. Was wiederum wichtig ist, in sechs Richtungen elektrisch verstellbarer Fahrersitz. Ich gehe davon aus, man kann ihn auch kippen. Das ist eine wichtige Funktion, die ich brauche, weil ich relativ lange Beine habe. Was ich schade finde, ist die Tatsache, dass für die Standard-Version keine Sitzheizung scheinbar angeboten wird. Das, finde ich, sollte in Europa eigentlich schon enthalten sein oder zumindest dazu konfiguriert werden können. Die fehlt hier. Also leider, das wird der ein oder andere sicherlich bedauern. Und was mir persönlich auch noch wichtig ist, ein automatisches LED-Scheinwerferbeleuchtungssystem. Ich bin wirklich brutal gespannt, wie gut das funktioniert. Ob das mit den Premium-Herstellern, BMW zum Beispiel, von da kenne ich ja diese Beleuchtung vom Xenon. Da hat die wirklich super funktioniert. Auch das Matrix-Licht von VW muss wirklich klasse sein. Da bin ich also gespannt, ob IWs da mithalten kann. Das wäre natürlich super. Dann haben wir hier noch die Wagenfarben, die erhältlich sein werden. Blau, Weiß, Violett, Grau. Blaue Karosserie mit schwarzem Dach. Weiße Karosserie mit schwarzem Dach. Und graue Karosserie mit schwarzem Dach. Da muss ich mir noch überlegen, was ich da nehme. Eventuell wähle ich sogar diesmal die weiße Karosserie mit schwarzem Dach, wenn ich ihn dann kaufe. Aber alles, was ich hier in der Ausstattungsliste lese, gefällt mir auf jeden Fall. Und hier seht ihr auch nochmal zweifarbige Wagenfarbe, abgesetzte Dachfarbe, 800 Euro. Und hier könnt ihr dann auch nochmal sehen, überall wo ein Strich ist, ist diese Ausstattung nicht verfügbar. Die Standardversion kann also auch nicht mit einer Sitzheizung zusätzlich ausgestattet werden. Das finde ich wie gesagt schade. Und nochmal als Hinweis für euch, diese Ausstattungsliste findet ihr unter Benindex iWSU5. Da gelangen wir auf diese Seite und können die hier dann öffnen. Und die Internetadresse ist breaking-electronews.de. Und dann bin ich euch natürlich auch noch das Ergebnis der Abstimmung schuldig, die ich im vorletzten Livestream angestoßen habe. Es haben insgesamt 639 Leute teilgenommen. Dafür vielen Dank. 29% sind dafür, dass ich den iD3 kaufe. 21% dafür, dass ich den iWSU5 lese. Und 50%, also die große Mehrheit, ist dafür, dass ich den Kona behalte. Also ja, die Zuschauerstimme ist sehr eindeutig. Ich muss noch mir überlegen, ob ich mich davon dann in meinem Urteil beeinflussen lasse. Ja, das waren dann also die Infos zum iWSU5. Die Premium-Variante, wie gesagt, ist für knapp 41.000 Euro erhältlich. Und das ist schon ein Preis, wo ich sehr ins Grübel komme. Natürlich, man hat dann die großen Räder, was wieder Reichweite kostet. Das finde ich dann wieder nicht so positiv. Da hätte ich vielleicht sogar lieber kleinere Räder. Optisch machen dann die 19 Zöller sicherlich mehr her an dem großen Auto. Und es ist auch eigentlich ein Auto, was zu groß für mich ist. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Ausstattung, die Features, die es bietet, den technischen Schnickschnack, den man mit dem Auto erhält, All das lässt mich ins Grübeln kommen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich tendiere mittlerweile tatsächlich dazu, mir den iWSU5 etwas genauer anzuschauen und eventuell tatsächlich auch zu kaufen oder zu leasen, je nachdem, welche Angebote dann letzten Endes von iWS gemacht werden. Das bleibt jetzt also spannend für die Zukunft. Ich habe ja auch noch meine ID.3-Reservierung. Auch dort könnte ich noch zuschlagen. Das sind jetzt also ganz schwere Entscheidungen, die ich in den nächsten Wochen werde treffen müssen. Luxusprobleme natürlich. Aber ich halte euch natürlich auch auf dem Laufenden. Was es dann letzten Endes wird, ist ja selbstverständlich. Ansonsten soll es das schon für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst erfahrt ihr am Ende nicht, für welches Fahrzeug ich mich entschieden habe. Und ein Abo ist ja wohl.